So, herzlich willkommen bei der Demo von Into the Dark. Das ist ein Adventure und ein Shooter, so zusammen gemischt zu irgendeinem trashigen Horror. Wir gucken jetzt mal hier einfach mal rein. Soll so Momente wohl haben wie Amnesia, Schreckmomente und so, Rätsel halt. Gucken wir einfach mal so ein bisschen rein. Ein paar Minütchen. Einfach nur mal schauen. Das ist halt eine Trashproduktion. Nicht die wirklich tollen Sprecher und Sounds und so. Einfach mal schauen. Vielleicht sehen wir auch mehr als nur an Ladebalken. Alles klar. Das ist okay. Tut mir mal M und KM, so. Das ist ein... Okay. Secret Service. So, schauen wir mal. Okay, sieht schon echt trashig aus. Sam, Sam, what do you know about this guy? You are something really awkward for you. oder was? Für die Folterkammer? Für die Folterkammer? He was some kind of scientist. Let me see... Ah, Biology. Mein Gott. Was? Russische Studenten oder was? Okay, irgendwelche... ...biologischen Sachen werden hier gemacht. Ich wollte nicht unbedingt einen Schalldämpfer. Ich wollte eigentlich... Na, ist egal. Ich wollte eigentlich das nachladen. Also F ist schon mal Schalldämpfer. Okay, Spiel Shooter. Die Tür ist verdächtig. Was macht dir die verfickten Geräusche? ... Ah-ah! Alter. Fuck! Ja, Kwegfuck. die switchbox schütte piece of cake piece of cake gar nicht mehr die tücher gut erschrecken ist keine kunst was denn jetzt los hier die karte wenig ausklar so dass die kurze vier hier spitz box z z reitkart miki fliegt eke Male oder female? Honestlich, ich habe nicht die privaten Parten gesehen. Aber ich denke... Ich denke, man. Awww... Poor Pete! Shut up! Ich denke, du erzählst mir nicht alles, was du weißt, oder? Muss es aber nicht, kann ich jetzt mal eben noch mehr verbinden? Ja. So, da stand gerade... ... in meinem Auftragsmäppchen... ... dass ich... ... unten Strom... ... mit... ... die Strombox... Aha, okay, hier war ein... ... Kamel... ... ähm... ... Open Defend Door, okay... ... ähm... ... hier haben wir quasi oben die Tür aufgemacht... ... lass mal davon ausgehen, der wendt schon wieder irgendwann rum... ... tue ich es wahrscheinlich... ... noch schneller als der Typ gerade eben... ... alles klar... ... tue ich es auf... ... oh mein Gott... ... Jesus Christ... ... Jesus Christ... ... Help me... ... Help me... ... Help me... ... Please... ... Please... ... Help me... ... Go away... ... Go away... ... Keletus dabei... ... naja... ... ich schieße doch... ... ja... ... da war dann... ... kann ich hauen? ... HAUN! ... pff... ... alter... ... ist das ein Scheiße... ... ok... ... ja... ... ... da geht es noch mehr Munition... ... oder nicht... ... äh... ... äh... ... sieht nicht so aus... ... ok... ... ich... ... muss man laufen... ... oder... ... doch nachgeladen... ... gut... ... guck mal... ... vielleicht hier noch... ... im Regal... ... äh... ... die Viecher sind auf jeden Fall wirklich fies... ... boah... ... boah... ... ist er doch so... ... arg... ... harktwischig... ... ... wurscht... ... wurscht... ... wurscht... ... burscht... ... ... ... allright... ... I survived the attack of the Monster Freak... ... but now I need a plank... ... or a solid piece of wood... ... well... ... there... ... next to the land... ... die Geräusche alter... ... wie ein Mario-Spiel... ... so und jetzt... ... I guess I could overwrite the security system from here... ... oh my god... ... ... tada da... ... alter... ... Mac Guy... ... all right... ... all right... ... wer sich den Scheiß hier hat ausgedacht... ... so... ... Tür ist auf... ... jetzt wahrscheinlich werde ich gleich eh wieder gefressen... ... action take... ... aber doch... ... nix... ... ok... ... er muss wirklich jetzt sein... ... das ist echt... ... nur lock... ... press enter... ... ich die Hälfte key... ... ok... ... muss man hier rein... ... da was... ... ne... ... alter... ... hier kommt der Kamerad... ... schnell schul her... ... ... ... ich soll einen Schlüssel besorgen... ... 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 und habe ein Skill bekommen dafür, dass ich die geöffnet habe, oh mein Gott, was war das, na toll, ich habe keine Ahnung, wie viele Missionen wir haben, da ist schon mal alt, okay, der interessiert sich gerade mehr für die Röntgenbilder, ich brauche einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel nicht, okay, okay, you are dead, das reicht aber erstmal, ihr könnt euch da runterladen, ich habe jetzt, ich verlinke mal den Download,